Während Keziah Jones mit seinen treibenden Rhythmen den Herrenacker zum Tanzen gebracht hat, hat Melanie Fiona mit ihrer wunderbaren und starken Stimme den atmosphärischen Rahmen für den Abschluss vom Abend gebildet. Zeitweise hat ihren Auftritt sogar an junge Tina Turner erinnert. Wir hören mal ihren Welthit Give It To Me Rightly und geniessen. 12 Vikiste 48 26 41 Auch dank der Melanie Fiona ihrer grossen Hitze das Publikum am Freitag zufrieden hat. Super Atmosphäre!